Und mittlerweile stoßen wir sogar in Brüssel auf offene Ohren. Am Mittwoch hat hier der EU-Klimakommissar Timmermans im Umweltausschuss den Emissionshandel als Erfolgsgeschichte bezeichnet. Und er hat recht, neben Marktanreizen braucht es auch endlich echte Technologieneutralität. Und da ist die CO2-Minderung alternativer Kraftstoffe ein Weg, der endlich in die EU-Flottengrenzwerte aufgenommen werden muss. Denn für uns muss sicher sein, Elektromobilität ist eben eine von vielen Alternativen, mehr aber auch nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesregierung und aus der Koalition, Planwirtschaft führt uns nicht zum Ziel. Mit Planwirtschaft verlieren wir die gesellschaftliche Akzeptanz für den Klimaschutz. Also geben Sie sich einen Ruck. Denn richtig müsste doch das Motto lauten, Nutzen rauf, Kosten runter. Aber erweisen Sie der Marktwirtschaft auch im Klimaschutz den Respekt, den sie verdient. Unser Antrag bietet Ihnen hier die notwendige Orientierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.